Ja guten Tag, Harry Töppel ist mein Name. Ich wohne am Flughafen und mir geht's nicht gut. Hallo? Ja? Ich habe Ohrenprobleme. Ja. Hören Sie mich? Hallo? Ja. Wollen Sie heute vorbeikommen? Hä? Wollen Sie heute vorbeikommen? Hä? Wollen Sie heute vorbeikommen? Ich habe Ohrenprobleme. Ich höre sehr schlecht. Ja, das kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Ja. Wollen Sie jetzt vorbeikommen? Ja, hallo? Ja, dann lassen Sie sich auf den Weg. Ja, ich habe Ohrenprobleme. Ich kann sehr, sehr schlecht nur verstehen. Ich wohne am Flughafen direkt. Machen Sie Hausbesuche? Nein, machen wir nicht. Wann können Sie denn kommen? Wir machen keine Hausbesuche. Um 15 Uhr? Wir machen keine Hausbesuche. Ah, ja, ja, ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ab 15 Uhr. Ich kann Sie nicht verstehen. Ich habe Ohrenprobleme. Weiß ich. Weiß ich. Ab 15 Uhr können Sie vorbeikommen. Hä? Vorbeikommen in die Praxis. Hä? Wann können Sie denn zu mir kommen? Wir machen keine Hausbesuche. Hä? Wir machen keine Hausbesuche. Um 16 Uhr? Können Sie in die Praxis kommen? Hä? So geht das nicht. Wir machen keine Hausbesuche. Ja, das wird mir passen. Nee, wir machen keine Hausbesuche. Ja? Ich warte einfach. Ich warte hier. Ja? Wir kommen nicht vorbei. Hä? Wir machen keine Hausbesuche. Sprechen Sie mit dem Ohrenarzt? Ohrenarztpraxis? Ja. So geht das nicht. Hä? Rufen Sie mal von woanders aus an. Das geht so nicht. Was? Was? Hören Sie? Ich warte einfach zu Hause. Sie kommen dann bestimmt. Wir kommen nicht. Hä? Wir machen keine Hausbesuche. Vielleicht ab 17 Uhr so. Nein. Ich bin hier die ganze Zeit. Nein. Nein. Was? Wir machen keine Hausbesuche. Ach so. Ja. Zuhause besuchen. Nein. Sie müssen in die Praxis. Hä?